So, da sind wir jetzt mittendrin in der Demo in Weil am Rhein. Da haben sich die Antifanten aufgebaut. Die schreien ihre Parolen. Alle mit Maske, maskiert. Wahrscheinlich auch um die Anonymität zu wahren. Die Demo ist das, was ich vorher erwartet habe. Ich bin kein Fan dieser Demo. Sehr wenige Leute hier für eine Drei-Länder-Demo. Alles kontrolliert, alles abgewacht. Ich musste meine Russland-Fahne runternehmen. Die Ordner kamen gleich auf mich drauf zu, haben mir verboten, meine Russland-Fahne aufzuhängen. Es ist nur erlaubt, Deutschland, Frankreich und die Schweiz-Fahne zu tragen. Russland gehört für mich ganz klar zu diesem angestrebten Friedensprozess, der irgendwann kommen muss dazu. Und kam gleich auch noch nicht dazu hier. Alles abgeschottet von Polizisten. Der ganze Sperrbezirk hier, wo vielleicht 300 Demo geduldet werden. Mehr sind es vielleicht nicht. Antifanten stehen hier. Die natürlich nicht einen großen Durchblick haben. Alles das AfD-Wähler abstempeln. Ja, Christos hier. Hier der Mann mit den Wenn-AfD. Die Antwort ist, wie dumm war dann die Frage. Der Nationalsozialismus gehört nicht zu Deutschland und so weiter. Lest mal selber. Warte mal, Video. Warte, ein kurzes Video. Ich mache noch ein Foto.